Hallo und herzlich willkommen bei MakeFinance. Im heutigen Video möchte ich euch drei günstige Aktien für einen Kauf im Monat Juni 2022 vorstellen. Zwei Aktien kommen aus den USA und ein Wert aus Europa. Alle Werte kommen aus unterschiedlichen Branchen und alle Werte bezahlen eine Dividende. Und jetzt viel Spaß euch beim Video. Bei der ersten Aktie ist das Motto Sommerzeit ist Eiszeit. Schauen wir uns wie gewohnt den Blick aufs Jahreschart an. Hier fällt auf, dass wir in einem Abwärtstrend sind und derzeit auch die Stochastik in der Mitte des Bills wieder in einen überverkauften Bereich zu fallen droht. Somit können sich hier gute Einstiegspunkte bilden. Der Kursgewinn auf Einjahressicht beträgt minus 17,7%. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 105,9 Milliarden Euro. Das aktuelle KGV liegt bei 16 und das durchschnittliche 10-Jahres-KGV bei 19,8. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis aktuell beträgt 1,9 und der 10-Jahres-Durchschnitt liegt bei 2,2. Die Dividende liegt derzeit bei 4,17%, ist seit 0 Jahren gesenkt. Dies liegt jedoch an einem Währungswechsel, sodass eigentlich das Unternehmen kontinuierlich seine Dividende erhöht hat. Der Payout auf den Free-Cash-Flow beläuft sich auf 65,6%. Die Zahlungen im Jahr erfolgen viermal. Die Herkunft des Unternehmens ist Großbritannien. Und die Branche sind unzyklischer Konsum und hier besonders Haushalts- und Pflegeprodukte. Schauen wir uns noch die TraderFox-Scores an. Hier der Qualitätsscore liegt bei 8, der Dividendenscore bei 12 Punkten und der Wachstumscore derzeit auch aufgrund des schlechten Kursverlaufs bei 3 Punkten. Bei vorgestellten Unternehmen handelt es sich um Unilever. Unilever habe ich auch schon mal detaillierter betrachtet. Das Video verlinke ich euch oben in der Infokachel. Beim zweiten Unternehmen handelt es sich um einen großen Einzelhändler. Hier sieht man, dass zuletzt die Ergebnisse sehr schlecht waren, bzw. eher der Ausblick war schlecht. Und die Aktie hat einen Gap nach unten gemacht. Zuletzt hat sie sich davon wieder etwas erholt. Und auch die Stochastik ist derzeit stark noch im überverkauften Bereich. Und auch ganz unten, das Momentum, ist auch noch stark negativ. So, dass hier mit einer Kurserholung zu rechnen sein könnte. Der Kursgewinn auf Einjahressicht beläuft sich derzeit auf minus 26,3%. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 73,1 Milliarden Euro. Das aktuelle Kursgewinnverhältnis liegt bei 14,3 und der 10-Jahres-Durchschnittswert bei 15,5. Das Kursumsatzverhältnis ist aktuell bei 0,72 und der 10-Jahres-Durchschnitt bei 0,65. Die Dividende liegt derzeit bei 2,15% und wurde seit 55 Jahren nicht gesenkt. Der Payout auf den Free Cash Flow beläuft sich auf 78,8%. Die Zahlungen erfolgen viermal im Jahr, die Herkunft des Unternehmens sind die USA und die Branche ist der zyklische Konsum und hier der gemischte Einzelhandel. Schauen wir uns noch die TraderFox-Scores an. Hier der Qualitätsscore liegt bei guten 13 Punkten, der Dividendenscore bei 12 Punkten und der Wachstumsscore bei 4 Punkten. Beim vorgestellten Unternehmen handelt es sich um Target. Das dritte und letzte Unternehmen, was ich euch heute mitgebracht habe, bezeichnet man als Heilsbringer gegen Aids und HIV. Der Blick auf das Chart zeigt, dass wir in den letzten Wochen etwas zurückgegangen sind, aber uns nun deutlich wieder erholt haben. Zur Zeit befinden wir uns in einem übergekauften Bereich, das sieht man in der Mitte bei der Slow Stochastic und auch das Momentum ist derzeit stark positiv. Hier habe ich euch den Wert extra mitgebracht, da man sich hier jetzt mit ausführlich beschäftigen kann und wenn der Kurs die nächsten Tagen und vielleicht Wochen etwas zurückläuft, kann man hier über einen Einstieg nachdenken. Der Kursgewinn auf Einjahressicht beläuft sich auf minus 2%, die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 76,5 Milliarden Euro. Das aktuelle Kursgewinnverhältnis liegt bei 9,1 und der Zehnjahresdurchschnitt bei 11,5. Beim KUV ist aktuell bei 3,0 und der Zehnjahresdurchschnittswert beträgt 4,6. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 4,41% und wurde die letzten 6 Jahre nicht gesenkt. Der Payout auf den Free Cashflow ist mit 36,2% sehr gering und die Zahlungen im Jahr werden viermal geleistet und die Herkunft sind die USA. Die Branche ist der Bereich Gesundheit und hier handelt es sich um ein Biotechnologieunternehmen. Der TraderFox Qualitätsscore beläuft sich auf 8 Punkte, der Dividendenscore auf 12 und der Wachstumsscore erreicht 7 Punkte. Beim vorgestellten Unternehmen handelt es sich um Gilead Sciences. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches der drei Unternehmen euch am besten gefallen hat. Gebt dem Video ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao! Risikohinweis Das Video stellt lediglich die Meinung des Autors dar und ist somit keine Empfehlung, keine Anlagenberatung und auch keine Steuerberatung. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der gezeigten Daten im Video übernommen. Das Video geht um was, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.